Ein Baum pflanzen und ein Kind in die Welt setzen, also Haus war mal nicht gebaut, aber ist ganz schön. Das Kind ist da, starrt gerade woanders in die Gegend und jetzt kommt auch der Baum. Emmys Apfelbaum, ne? Diese geile Mütze hat Emmys wieder auf. Oh, guck mal. Das ist noch ein Loch. Könnte auch groß genug für Knutschi sein, ne? Aber, das ist ja eh egal. Ja, das ist ja egal. Ja, das ist ja egal. Komm mal ganz schön, ne? Ganz schön, ne? Ganz schön, ne? Ah, das ist ja egal. Ja. Okay. Emmys, kann das mal helfen, ne? Ich kann das mal helfen. So, gleich. Emmys, eine Kostprobe von ihrem Apfelbaum Erde. Und einen Regenwurm kann ich auch anbieten, hier ist der schön dicken. Knutsch, Gerd. Keine Faxen machen, ne? Schön konzentriert bleiben. Da kannst du aber erstmal hinlegen. Ist so anstrengend, hier. Wo ist er denn jetzt? Hier, guck mal. Die ganze Mahlzeit. Mh. Und müsste ja eigentlich so riesig ist das Bäumchen ja gar nie, ne? Wollen wir denn nicht mehr auf die Kacke hauen, als es ist? Toll, ne? Ja. Emmys Bäumchen. Zack. Passt. Lass uns mal dran, damit er nachher auch weiß, dass ein Apfelbaum ist. Was ist das für eine Sorte? Das ist Yonagold Apfel. Mh. 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 Das Interesse an Ihrem Baum ist, äh, Remi. Aber... So ist er im Leben, ne? Hörst du hier geiern, Emily? Sie überlegen gerade, wie sie dick am besten, äh... ...hä? Die ganze Mahlzeit. so wird hier ein bisschen notdürftig mal wieder vielen dank wir haben hier sehr geholfen danke ja so kind was sagst du ja mütze erstmal ab nicht schön aber selten ne boah das hast du gefunden toll schmeckt der nuchis baum tschüss tschüss tschüss